Hallo liebe Freunde der Pix-Click in Unterhaltung, Telespiel-Tobi hier. Heute gibt es eine neue Folge von meiner neuen Serie Mein erstes Mal und ich spiele heute Pokémon Gelb. Ich habe noch nie ein Pokémon gespielt und das ist dann quasi wirklich eine Premiere für mich, mein aller aller erstes Mal. Los geht's direkt nach dem Intro. Wie vor dem Intro erwähnt, es ist wirklich mein aller erstes Mal, dass ich überhaupt ein Pokémon spiele. Ich habe weder Pokémon Go auf dem Handy gespielt, ich war nicht draußen, habe irgendwelche Viecher gesammelt. Ich habe als Pokémon rausgekommen ist, grün und, nee, roten, Moment, roten, blau war das, waren die ersten. Habe ich damals nicht gespielt, es war so eine Zeit, da habe ich mich zu alt dafür gefühlt. Und, beziehungsweise umgekehrt, habe ich Pokémon da als zu viel Kinderspiel angesehen. Und, ja, ich war einfach schon aus dem Alter raus für Pokémon. Und deswegen bin ich auch nie irgendwie da reingekommen und auch jetzt heutzutage, ne, Pikachu, Evoli und so weiter, was es da gab, vor kurzem erst auf der Switch, hat mich nie gepusht. Ich habe wirklich noch nie ein Pokémon gespielt. Und das will ich jetzt nachholen. Das ist jetzt heute wirklich eine, wie soll ich sagen, eine Channel-Spenden-Special-Folge, denn zum einen spiele ich hier das Pokémon Gelb, das ich vom Knödelgesicht geschenkt bekommen habe. Und zum anderen, ja, wie grabbe ich das Ganze? Ich spiele es auf dem Super Nintendo mit dem Super Game Boy, den ich von Holger, dem Retro Pioneer, geschenkt bekommen habe. Und gemeinsam, ungefähr so, geht das in mein Super Nintendo und dann kann ich das auch schön für euch grabben. Und ich würde sagen, keine weitere Worte verlieren. Ich habe eh keine Ahnung von Pokémon, weil es nur das Gelb, das vierte Spiel überhaupt ist, das rausgekommen ist. Und, ja, das war's. Ich kenne genau ein Vieh, das ist hier Pikachu. Und, ja, das andere, ich habe einmal Wikipedia kurz durchgeblättert. Er hat gesagt, okay, das ist nicht unbedingt ein eigenständiges Spiel, sondern ein Remake oder eine verbesserte Version von Rot und Blau. Was ja das erste Pokémon war. Ich weiß nicht mehr, was der Unterschied zwischen den beiden ist, außer dass er halt Rot und Blau sind. Dann muss das Grün auch schon ein Remake oder eine erweiterte Version gewesen sein. Das Gelb hier auch nochmal. Also, keine Ahnung. Ich lasse mich überraschen, wie sich Pokémon so spielt und ob es mir gefällt, ob ich dranbleibe. Los geht's, also auf die Couch. 95 bis 2000 Nintendo. Game Freak, das sehen wir. Das ist eben die Firma, die Pikachu und Pokémons erfunden hat. Ja, sehr geil. Also, der Super Game Boy, der hat hier eine spezielle Palette, würde ich sagen. Der sieht schon mal sehr geil aus. Sieht ja gar nicht mehr wie ein Game Boy Spiel aus, im Endeffekt. Sau gut. Ich habe mir jetzt die Farbpalette vom Super Game Boy. Habe ich jetzt normalerweise auf Schwarz-Weiß. Kann ich jetzt hier durchwechseln. Schwarz-Weiß. Oder was eben so ein Spiel manchmal speziell vorgibt oder mitliefert. Und bin ich jetzt gerade ein bisschen hin und her gerissen. Soll ich jetzt hier die Farbe wählen? So wie es eben vorgegeben ist, die Option. Oder eben klassisch Schwarz-Weiß. Damit ich eben dieses Original-Feeling hier mitbekomme. Ich glaube, auch wenn das ein Spiel für den Game Boy ist, nehme ich hier mal die Farbpalette. Weil sie haben sich die Mühe gemacht. Und da es mein erster Eindruck von Pokémon ist, will ich auch das Beste rausholen. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir mal mit der Farbe. Okay. Was haben wir jetzt hier? Start, Select. Hm. Weiter neues Spiel. Gucken wir mal bei weiter. Spieler Ash, Orden 5, Pogodex 24. Ist dann Pogodex, ist das dann der Level, den Knödel erwähnt hat? Hat er gesagt, Level 10. Würde ich in ungefähr 15 Minuten erreichen. Jetzt sehe ich hier Level 24 in 25 Minuten. Ich hoffe, das sind Minuten, keine Stunden. 25, 35. Wenn das Stunden sind. Uh, okay. Aber wieso, wenn 15... Na, egal. Wir machen ein neues Spiel. Weil wenn 15 in Level 5... Ne, Level 10 in 15 Minuten, kriege ich nicht 24 in 25 Minuten hin. Ähm, machen wir ein neues Spiel. Yo. Okay, hallo, herzlich willkommen. Pokémon, der in der Welt von Pokémon. Mein Name ist Eich. Man nennt mich auch den Pokémon Professor. Hm. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Ja, Pokémon. Das ist das Einzige, was ich weiß. Pokémon und das Vieh, das wir hier sehen, ist Pikachu. Mehr weiß ich nicht. Und er kann sich verwandeln irgendwie, ne? Und Pokémons, was weiß ich noch? Dass jedes Monster drei Level hat. Standard. Erster Upgrade und zweiter Upgrade. Gut. Das war's. Äh, sind Pokémon Haustiere. Andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Okay. Also wie... Wie Hunde? Hähne? Äh, ich selbst... Haben mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Mhm. Wie lautet dein Name? Äh, Name? Gelb? Echt? Jack? Oh, kann ich keinen... Kann ich keinen Namen eingeben? Das ist aber schade. Das ist traurig. Okay. Jack. Richtig. Dein Name ist Jack. Mhm. Hm, hm. Dies ist mein Enkel. Von hier her wollt ihr einander übertrumpfen. Ah ja. Okay, dann wird jetzt quasi der Kampf schon... Äh, pfff. Jack and John. Stimmt. Es lag mir auf der Zunge. Moment. Du weißt nicht, wie dein Enkel heißt. Professor, Professor. Der zerstreute Professor. Jack. Hi, unglückliche Reise in die Welt der Pokémon. Erwarte dich. Ja. Bla, bla, bla. Jetzt wollte ich mal weltvoller Wunder und Abenteuer. Geheimnisse kurz gesagt. Ein Traum wird wahr. Mein Traum wird auch wahr. Jetzt endlich mal Pokémon zu spielen, ne? Äh, wo sind wir hier? Ist das mein... Oh, ist das mein Zimmer? Habe ich da ein Super Nintendo? Ah, nee, das ist ein Farbmodus. Ah, ich habe hier nur zwei Buttons, ne? B und A. Äh, Jack spielt Super Nintendo. Ja, genau. Okay. Die Reise kann beginnen. Jack spielt Super Nintendo. Okay. Kann beginnen, ja. 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 Bett. Computer. Ah, da gehen wir aber hier raus. Blö, blö, blö. Wen haben wir hier? Hallo? Richtig. Irgendwann gehen alle Jungen fort, um mein Abenteuer zu erleben. Professor Eich, von dem an, hat nach dir gefragt. Okay. Also sie läuft einfach so. Ihr Kind gehen. Haben die da? Was denn das? Haben die da? Getränkeautomaten im Haus. Okay. Ah, das war die Haustür. Wen haben wir hier? Ist das schon Professor Eich? Ach, ich ziehe Pokémon auf. Und wer bist du? Na, stark sind. Können sie mich beschützen. So, Eich ist nebenan. Was ist das da unten? Hallo? Haus von John. Ah, das ist der. Ne, da will ich ja nicht hin. Oder? Und das ist Haus von Eich. Ja. Sehr schön. Aha. Wen haben wir denn hier? Hallo? Die Technik heutzutage ist unglaublich. Man kann sogar Items und Pokémon via PC lagern und wieder abrufen. Ja. Okay. Gut. Dann. Herr Eich. Mhm. Wer bist du? Ich bin Professor Eichs Gehilfe. Okay. Ich studiere mit ihm wie Pokémon. Ja. Ich will abbrechen. Du bist Professor Eichs ist für Pokémon eine Kapazität. Unter Pokémon-Trainern genießt er ein sehr hohes Ansehen. Haha. Wer ist er das? Komm. Hallo Eichs. Jawohl. Ich mache auch noch ein Gehilfe. Ich studiere mit ihm die Pokémon. Ja. Wo ist denn der gute Doc? Doc Brown. Der sieht auch nicht wie Doc aus. John. Hey, Check. Opa ist nicht hier. Okay. Ich bin hier gekommen, weil er mir ein Pokémon geben wollte. Mhm. Achso. Ist das hier ein Pokémon? Das ist ein Pokémon. Darin befindet sich ein Pokémon. Nimm. Pokémon. Okay. Ich will das Pokémon jetzt. Egal ob Eichs da ist oder nicht. Hä. Komm her. Das ist ein Pokémon. Darin befindet sich ein Pokémon. Ja. Danke. Ah Gott. Professor Eichs. Wo bist du? Bist du vielleicht im Haus vom Enkel? Nee. Nee. Wer ist das? Hallo Check. John wartet in Opas Labor. Ja, da war ich doch gerade. Warum haben die alle Kühlschrank mit? So ein Verkaufskühlschrank im Haus. So. Nochmal da rein. Klappert der noch was mit mir? Hallo? John Haychick Opa ist nicht da. Ja. Ich bin hier gegangen, weil er mir ein Pokémon geben wollte. Weiß ich. Ja. Okay. Ja. Da macht schon Bock. Nicht. Im Briefkasten ist eine E-Mail. Im Briefkasten ist eine E-Mail. Okay. An alle Pokémon Trainer. Ich bin doch gar kein Trainer. Die Trainerlieder der Pokémon Liga wartet auf mutige Herausforderer. Bringt eure stärksten Pokémon mit und zeigt, wie gut ihr seid. Pokémon Liga Leitung. Indigo Plateau. PS. Professor Eich. Bitte melden. Seht sich bitte bei uns. Ja. Ist das auch der Computer? Ja. 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 Pokémon. So. So. Indigo Plateau. Nicht nochmal klicken. So. Kriege ich jetzt das Ding? habe ich schon eins. Wo ist das Indigo Plateau? Ist das? Also das Wasser. Da geht es nicht weiter. Da habe ich schon gar nicht mehr so viel Bock drauf. Ich war da. Ich war da. Ich war da. Hey. Hey. Dr. Eich. Wo waren wir denn? Das war knapp. Das war knapp. Das sieht so jung aus. Das ist in hohem Gras. Aha. Pika. 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 Ein wildes Pika. Ach da gibt es nicht nur ein Pikachu, sondern es gibt viele Pikachus. Ok. Ok. Ich dachte es ist immer da nur eins. Pika. Äh. Hallo? Ist jetzt Pokémon? Achso. Das bin ich gar nicht. Das ist Eich. So. Der hat jetzt ein Pikachu gefunden. Wurde gefangen. Mhm. Puh. Wilde Pokémon können jederzeit auftauchen. Du brauchst eigene Pokémon um dich zu schützen. Komm folgen mir. Jawoll. It's a pleasure, Dr. Eich. Ja. Der da unten sieht doch eher aus wie Dr. Eich als der Dr. Eich, oder? Äh. Ich will nicht länger warten. Kriegt ihr jetzt hier den Pika? Ja. Hey. Nicht so ungeduldig, junger Mann. Warte einen Moment. Hm. Da ist ein Pokéball drin. Befindet sich ein Pokémon? Ja, das weiß ich. Das habe ich mir schon dreimal angehört. Ach. Darf ich jetzt? Also mit mir? Da kriegt der Pikachu. Ich krieg den hier oben. Ah. Ich will dieses Pokémon. Schnappt sich das Pokémon. Okay. John, was soll das? Bitte ober. Ich möchte dieses Pokémon. Blablabla. Blablabla. Ja. Und ich krieg jetzt Pikachu. 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 Kann ich jetzt auch. Pikachu. Kann ich jetzt auch. Pikachu. Pikachu. Kann ich jetzt auch. Pikachu kann ich jetzt einen Spitznamen geben. Und ich darf mir keinen Namen aussuchen. Ist natürlich geil. Äh. 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 Dödel. Das ist jetzt mein Dödel. 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 Nein. Zurück. Äh. 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 Wie geht's zurück? Hier. Dödel. So. Was? P. Ehm. End. Ach. Kleinbruchstaben. Nix. Dödel. Hm? Und jetzt? Wenn du auf ein wildes... Hä? Hatten wir schon? Geht danach in die nächste Stadt. Hä? John. Warte. Jack. Lass uns unsere Pokémon testen. Komm schon. Ich fordere dich hier raus. Mal schauen. Döndöndöndönd. Sieht irgendwie ein bisschen aus wie Mario unten links, oder? Ich möchte keine... Ich hätte sie nicht John und Jack nennen dürfen. Ich weiß schon nicht mehr... Wer wer ist. Äh. Evoli. Äh. Ha-ha-ha. Und Dödel. Eigentlich müssten die Switch-Spiele heißen, oder? Dödel und Evoli. Was habe ich denn hier? PK. MN. Item. Flucht. Kumpf. Item. Kann ich hier noch Item? Zurück. Habe ich nichts. Dann Kampf. Zack. Typ. Elektro. 30-30. Donnerschock. Heuler. Heuler kenne ich nur von Silvester. Die Luftheuler. Donnerschock. Zack. Dödel. Ben. Ah. Benutzt Donnerschock. Okay. Volltreffer. Zack. Zack. Evoli hat noch 15. Dödel hat noch 20. Ja. Oh. Zack. Dann machen wir jetzt mal einen Heuler. Benutzt Heuler. Angriff sinkt. Das Angriff sinkt. Also er hat jetzt weniger. Gegen Evoli. Dödel's Pferd sinkt. Ah. Meine Verteidigung sinkt. Okay. Aber nichts abgezogen. Egal. Äh. Donnerschock war besser. Evel. Dödel benutzt Donnerschock. Boah. Gegner Evoli benutzt Taggle. Mhm. 14 und 5. Ja komm. Nochmal Donnerschock und ab dafür. Zack. Komm. Oh. Ach so. Level 5. Das ist nicht Leben. Ja. Leben 5. Level 5. Hm. Dödel's Verteidigung sinkt. Äh. Da habe ich jetzt noch 5 Leben oder was? Na. Aber Donnerschock. Zack. Hab dafür. Ich verstehe die Anzeige nicht ganz. So. Evoli. Und tschüss. Wurde besiegt. Dödel erhält 97 EP. Mhm. Dödel erreicht Level 6. Ah. Angriff. 12. Verteidigung 10. Initiativ oder was? 16. Und Spezi. Spezi. Könnte ich jetzt auch eins trinken. Spezi 11. Okay. Level 6. Dödel lernt Routenschlag. Dödel lernt Routenschlag. Ey. Leute. Ich habe echt das Spiel noch nie gespielt. Aber das hier. Passt ja wohl echt wie Arsch auf Topf. Okay. Der Dödel lernt jetzt den Routenschlag. Check. Check besiegt John. John. Was? Unmöglich. Ich habe mir das falsche Pokémon auszusehen. Ja. Also wenn ihr euch Pokémon oder Evoli kaufen wollt, dann kauft eher Pokémon. Weil wie ihr gerade gesehen habt, Evoli ist kacke. Ähm. Okay. Ich werde mein Pokémon trainieren. Damit es stärker wird. Check. Opa. Wir sehen uns später. Allahopp. Wo trainiere ich jetzt das Ding? Wie bitte? Ich schaue dir das an. Es ist seltsam. Aber dein Pikachu mag scheinbar keine Pokébölle. Es muss dich so begleiten. Okay. Ist auch glücklich. Wenn das glücklich ist. Frisch noch merkt es dann, ob es dich mag. Sprechen ist das nicht wie Groot, der nur I am Groot sagen kann. Ist das auch nur Pika und Pikachu, oder? So. Komm mit, Dödel. Können wir jetzt gegen jeden kämpfen? Oder was? Oder wie? Hey. Komm her. Die Technik herzutage. Ja, ist unglaublich. Man kann sogar Items und Pokémon via PC lagern und robere. Ah, da gab es doch den Adapter, oder? Und irgendwie. War das unten auf dem PC oder aufs N64? Oder pfff. Keine Ahnung. Uh, die Welt wird grün. Aha. Sind wir jetzt auf den Pokémon gestoßen? Was ist denn das hier? Mieze Katze? Ja, Rat Fratz. Ist das Ratte oder was? Rat Fratz. Los, Dödel. Mach den Routen nicht. Dödel muss den Routenschlag machen, ganz klar. Ist das eigentlich alles so... Äh, random? Oder sind da manche Angriffe besser? Ist es besser, wenn ich jetzt durchwechsel und andere Angriff mache? Oder einer, der mal gut funktioniert hat, dann immer mache? Äh, Kampf... Ich habe noch 22 und der hat... Wie viel... Na, egal. Mal mal hier. Typ, normal. Typ Elektro, normal. Ah, der kann jetzt nur 29. Okay. Mach mal einen Heuler. Ja, was ist besser? Immer mal ein bisschen durchwechseln. Sind manche Pokémons dann anfällig für eine bestimmte Angriffsart? Oder ist es besser, wenn ich bei jedem Pokémon irgendwie ein bisschen Abwechslung im Angriff habe? Keine Ahnung. Machen wir jetzt mal einen Donnerschlag. Aha, okay. Ah, Ratzfatz mit seiner Rute benutzt Routenschlag. Meine Verteidigung sinkt. So, ich mache jetzt mal einen Donnerschlag. Der war ja 1a hier. Komm. Und tschüss, Ratzfatz. Ja, geil. 16 EP. Äh, wo sehe ich jetzt meinen Status? Hier. Okay, Start. Gibt mir hier irgendwie mein Pokémon. Wer hat ein Pokémon? Ich habe nur eins. Level 6. Status Tausch zurück. Dödel gebe ich doch nicht her. Äh, okay. Dann, also Level 6 bin ich jetzt, ne? Und, aha. Also die Pokémon sind dann irgendwie im Gras und ich muss dann wild durchs Gras. So, heule. Taubsi, eine Taube. Hm, hm. Äh, da war irgendwie ein Ball. Was bedeutet das? Da war so ein grüner Ball. Kampf. Äh, die Taube kriegt hier Routenschlag. Wie nix. Wie nix. Was ist denn das? Windstoß. Oh, der Donnerschlag, der war bis jetzt immer das Beste, oder? Ja, hallo. Volltreffer. So, die Attacke ist sehr effektiv. Das merke ich gerade. Dödel erhält 31 EP. Und, wo bin ich jetzt? Äh, was? Wer denn Pokémon? Ja, das Status? Äh, Level 6, KP 15, Nummer 25, Angriff 12, Verteidigung, Level 6, okay. Okay, dann, äh, muss ich weiter spielen, ne? Es hieß ja, ich soll bis Level 10 spielen. Guck mal hier irgendwie. Ah, okay, da ist schon der Nächste. Geht hier harzfatz. Nochmal so ein Dingens. Noch ein wildes Taubsi. Was ist der Ball da unten? Da habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Slots. Und 1 Slot ist ein Ball. Taubsi. Los, Dödel. Kampf. Und das letzte Mal war der Schock doch gut. Ho, 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 okay. Okay, gegen Taubsis muss ich definitiv Donnerschock einsetzen. Das habe ich jetzt schon mal gelernt. Noch, aha. Noch ein Taubsi. Äh, ganze Prud, die ganze Familie ausgerottet. Komm, Dödel. Ich würde dir echt gern mit dem Dödel den Rudenschlag machen, aber der Donnerschock ist einfach zu gut. Ach so, der geht dann auch zurück, oder was? Das heißt, den kann ich jetzt nicht unendlich oft einsetzen, oder wie? Gegner, Taubsis, paralysiert. Sandwirbel. Dödel. Gena. Genauigkeit, oder was? Sinkt. So, Kampf. Donnerschlag, Typ Elektro, 25 von 30. Und was sind dann diese 15 von 22? Da sind wir ein bisschen viel Statistik, die man nicht erklärt ist. Ich glaube, ich brauche eine Anleitung für das Spiel. Ja, diese Attacke ist sehr effektiv. Taubsi wurde besiegt. Dödel erhält 39 Eps. Sind die dann nochmal hier drin? Na, da war eben keiner, aber da bin ich oben lang. Ein Taubsi. Welch Wunder. So, Taubsi, zack, Angriff. So, Donnerschlag, zack. Diese Attacke ist sehr effektiv. Taubsi wurde besiegt. Dödel erhält bla 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 bla. Level 7. Oh, das geht gar nicht. Ja, dann waren das... Level 25 müssen dann doch eher... Da ist auch noch eins. No, Taubsi. Jawohl. Da muss Level... Was war das? 25? Ne, Level... Doch 25, eher 500 Stunden gewesen sein, ne? So, komm, Taubsi geben wir hier gleich nochmal so einen Donnerschlag. Zack, zack. Das war ja direkt... Ja, diese Attacke ist effektiv. Also, ich habe gelernt, Taubsis... Haben wir hier auch noch? Irgendwas... Nix. Zack, zack, zack. Da ist auch noch einer. Taubsi? Taubsi. Ja, jetzt... Also, wenn man das wirklich exzessiv spielt und wenn da so oft hintereinander so ein Pokémon auftaucht, da ist es kein Wunder, dass die Kids die ganzen Pokémons auswendig kehren, ne? Ich habe ein Déjà-vu. So, war hier noch was? Da, da, da. Da, 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 da. Da ist auch noch eins. Gut. Welch Wunder ein Taubsi. Klick, 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 baller, baller, baller. Klick, 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 klick kein neuer level was haben wir hier rute 1 alabastia okay was noch eins da war doch eben schon eins oder noch so hatte radfatz genau was hatten bei dem tja wüsste ich jetzt was bei dem vorhin der heuler ich glaube der heuler war bei keinem gut oder roten schlag gar nichts kampf heuler alter auch nix da bin ich ja gleich kaputt da muss ich natürlich den donnerschlag benutzen ja ja mein dödel der hält aber doch schon was aus oder also wenn ich sehe wie viel ich jetzt hier schon vernichtet habe und wie viel angriffe ich jetzt schon aus also mein pokémon ausgehalten hat hallo kuckuck ich arbeite in einem supermarkt wir verkaufen viele praktische dinge du findest unseren laden in vertania city am besten gebe ich dir einen ein werbegeschenk hier bitte kugelschreiber hätten trank kann ich den schon verwenden um hier mein dödel trank müh ok welche pokémon ja hier dödel sehr gerne dödel erhält 19 kraft punkte habe ich ein bisschen was verschwendet oder ja zurück zurück so neu ach der kann auch hä da ist ja gerade drüber gesprungen und hoch nicht so wenn wir dann ins ding in city müssen da was haben wir taubsi 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 ja und was benutzen war den donnerschlag bla 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 und auch eins übrig oder was tschüss taubsi ich tippe auf den taubsi ja los dödel wirkt gerade ein bisschen langweilig langweilig weil ich ahne ich weiß wenn mir das ganze so ein bisschen random vorkommt welcher welcher angriff für welches pokémon da gut ist da fehlt mir irgendwie sowas wie bei bei risiko zum beispiel die würfel geschichte dass man sieht okay der hat das der hat das und deswegen wurde da was abgewehrt oder ein angriff kommt durch so was fehlt mir da ein bisschen weil das hier das ist ein bisschen bisschen einfach nur button drücken irgendwas random auswählen und 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 für beide ist halt der donnerschlag am am besten ist können denn die donauwelle benutzen aber warum experimentieren wenn wenn der donnerschlag ja so geil funktioniert so komme ich jetzt irgendwo in die stadt oder was ist hier zwei durchgänge zwei durchgänge sag mal hier ist da oben noch was kann da was sein oder ist das kein gras da ist jemand im gras ist das link siehst du die stufen hier ne äh du kannst nicht hinauf klettern dafür aber herunterspringen ah du kommst viel schneller nach alabaster zurück achso da unten das ne ah das sind stufen das sind stufe ich dachte das wäre einfach nur eine mauer oder was so jetzt hier ich will noch ein taubsi und überrasch mich willst taubsi ah ne komm jetzt mach ich mal hier Kampf mach ich mal hier ach ne ich wollte doch gar nicht den roten Schlag weil der bringt nichts die Verteidigung sinkt nicht sondern die stinkt kampf und die Donauwelle hä paralysiert und was bringt mir das wenn er paralysiert ist gar nichts oder so dann machen wir nochmal den Donnerschlag ein Donnerschock ein Donnerschock ja hm hm hallo nix nix da ist nix mehr ok da oben ist doch noch was oder hier ist nix hier ist nix hier ist nix nix ok also ihr seht ich bin nicht wirklich begeistert von Pokemon vielleicht kommt das irgendwie noch später aber das hier ist jetzt wirklich auch für den hat doch hier der Donnerschock am besten gewirkt oder? vielleicht machen wir hier mal vielleicht machen wir hier mal die Donnerwelle auch nur paralysiert das bringt mir das gar nichts ne ja ja recht eintönig also im Moment ist es nur auswählen welchen von den vier Angriffen ich nutzen möchte und was ich bisher gelernt habe ist dass nur der Donnerschock irgendwie was bringt und die anderen gar nichts egal ob das jetzt der Taubsi oder der Ratzfatz ist Pika Donnerschock ab dafür Tackle zieht mir was ab ich mache einen Donnerschock und er ist kaputt also nur weil Knödel Gesicht gesagt hat ich sollte doch zumindest mal bis 10 spielen spiele ich jetzt auch bis Level 10 wahrscheinlich kürze ich auch hier das ganze ein bisschen ab im Video und spule ein bisschen vor damit ich dann irgendwann bei Level 10 zumindest mein Fazit geben kann aber ich glaube viel länger brauche ich hier nicht zu spielen weil passiert da mehr bis Level 10 als jetzt bis hier mein Level 7 hm 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 ratzfatz ja Kampf Donnerschock ich glaube was habe ich denn Dödel hat Level 8 ich glaube ich lasse es einfach bei Level 8 und ich glaube auch ein Fazit brauche ich nicht mehr zu machen denn ich ihr habt ja eigentlich schon gehört von mir was ich bisher von dem Spiel halte ich glaube Viertelstunde haben wir jetzt auch schon durch was ja eigentlich so Tipps für Trainer auch ein Tipp nehme ich noch mit die Attacken der Pokémon werden durch ihre Angriffspunkte AP limitiert um die AP wieder aufzufüllen musst du die Pokémon in ein Pokémon Sender bringen ein Rehabilitationssender oder was zu den anonymen APs zu den APs genau die anonymen Pokémons da oben das Wasser kann ich ins Wasser rein nö ne da hallo da ist doch ein Durchgang ist hier so ein Poké Poké das erinnert mich an diese Poké Bowls die doch langsam die die letzten Monate bisschen trendy wurden das ist so ein bisschen asiatischer Kram das ist wie so ein Sushi als Salat das unten Reis ich spiele hier Pokémon und rede mehr über Essen aber das kommt einfach so in den Sinn das unten ist so ein Bowl das unten Reis und dann kommt irgendwie frischer Fisch also Thunfisch oder Lachs drauf und dann auch so wie diese wie heißt ihr die die Algenblätter das sind dann noch so extra drauf irgendwie oder Algensalat ist dann drauf also wie so ein Sushi nur als Salat das sind Poké Bowls und die werden auch mit so einem Axon geschrieben Poké hat das was mit Pokémon zu tun? oder was bedeutet umgekehrt das ist ja japanisch was bedeutet Pokémon das ist ja von Pocket Monster das ist ja englisch aber hat das dann auch irgendwie was japanisches hat Poké dann irgendeinen japanischen Namen ja da kann ich müde, verletzte und besiegte Pokémons heilen mhm hallo? es gibt in jeder Stadt einen Pokémons Sender dort behandelt man einen Pokémon also Tierarzt ja ah kostenlos das ist aber nicht wie beim Tierarzt der ist ja normalerweise bisschen teuer wir halten deine Pokémon und machen sie wieder wie naja wenn es nichts kostet wir saufen nur wenn es nichts kostet ok wir bilden ja das ist doch da ist er doch und danke Pokémon sind wieder topfit 1a kommt jederzeit wieder vorbei ja gerne was haben wir da oben noch was ist das für ein Computer nix funktioniert nicht willkommen im Kabel Club wir treffen gerade die Vorbereitung bitte warte ach einmal zu oft gedrückt ne was ist eine Kabel Club so hier am Apple Leaser 2 Jack schaltet den PC ein jemandes PC PC von Jack ausloggen hä jemandes PC die Verbindung zum Gast PC wurde hergestellt du hast Zugriff auf das Pokémon Lagerungssystem ach so das hat er eben gemeint mit und man kann Pokémon Speicherstände am PC speichern nicht am echten PC mit so einem Adapter sondern hier am PC im Spiel und das ist nicht PK KMN sondern das ist Pokémon aha Drucken was kann ich denn drucken hier gibt es keine Pokémon Jits ich habe ja nur hier jemandes PC PC von Jack die Verbindung zu deinem PC wurde hergestellt du hast Zugriff auf das Item Lagerungssystem äh aufnehmen Item welches Item möchtest du mitnehmen Trank Anzahl ja auslocken kann ich jetzt gucken ob auf dem anderen PC hier ja hier was abgelegt wurde du hast Zugriff auf das Pokémon Lagerungssystem äh achso ne das sind nur Pokémon ne diese Box enthält keine Pokémon Pokémon freilassen diese Box enthält keine Pokémon ok ja tschüss auslocken zum Glück habe ich aber auch die Musik hier bei mir ganz leise damit sie äh nicht die Rückkopplung im Mikro gibt ach ja das habe ich schon nichts gemacht aber ich glaube die nervt auch mit der Zeit oder und hier den Text kann man echt nicht abbrechen naja soll ich noch bis Level 10 spielen ich glaube nicht ich glaube das reicht mir hier als ersten Einblick und ich muss sagen pusht mich absolut gar nicht denn wie ich eben ja schon gesagt wie ich eben ja schon gesagt habe das ist ein bisschen zu wild und zu willkürlich ist einfach nur was auswählen ohne dass man irgendwie ohne Strategie sage ich mal und da hat so ein Würfeln bei bei Risiko zum Beispiel oder bei einem einfachen Tabletop hat er mehr Strategie wenn man da vielleicht noch sagen kann okay mit wieviel Würfeln will ich angreifen aber hier ja ich habe gelernt dass der Donnerschock eigentlich der einzige ist von den vier Angriffen der irgendwie was bringt und 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 ansonsten was anderes auswählen prägt nix finde ich jetzt ein bisschen lame das ganze so hier komme ich irgendwann nur weiter oder kann ich da Jack findet Trank Trank und und jetzt wieso habe ich den da gefunden weil ich den Baumstumpf da irgendwie angewählt habe äh nee ich glaube ich weiß warum Poco was ist denn hier los du kannst hier nicht durch das ist ein Privatgelände okay Großvater sei nicht so gemein genau er hat doch keinen Kaffee das ist okay jetzt habe ich schon zweimal gesagt es ist genug aber ich spiele trotzdem noch ein bisschen was denn das ist nochmal so ein Taubsi Willi Habi Habi Tag Willi Habi Habi Tag äh ja mhm Mein Papa mag Pokemon auch sehr gern ja mein Papa mag Pokemon auch sehr gern bisschen für Papa Hallo Es macht Spaß sich Spitznamen auszudenken ja besonders für mein Pokemon aber es fordert viel Einfallsreichtum ja besonders für mein Pokemon einfach Namen kann sich kann man sich leichter merken ja wie zum Beispiel von meinem Pokemon Wow Unmengen Bücher Ach das sind Bücherregale und Wow Unmengen Bücher über Pokemon ok da auch Wow Unmengen Bücher über Pokemon ja 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 äh pfff pfff komm ich schon oben hin da war doch ein Durchgang oder an der Seite Opa liegt da du kannst hier nicht durch das ist ein Privatgelände hm da nicht und das war's da noch irgendwas ah Markt der Markt gehen wir noch in Quickiemarkt ja Professor Eich schickt dich oder ja ja klar hm seine Bestellung ist angekommen holst du das Paket für ihn ab Checker Halt Eichs Paket mhm ok grüß Professor Eich von ja ok ja wir hier noch gucken wow jede Menge Pokemon Gegenstände Wahnsinn und Pokemon Bücher äh pfff ja da gehen wir mal zurück nach Dingenskirchen oder bringen wir den Quatsch mal am guten Herrn Eich wenn wir nicht aufgehalten werden von dem von einem Taubsee dick 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 besiegt besiegt oh Wunder äh bitte nicht noch eins ich hab echt keinen Bock ich will doch nur zum Professor Eich Razzifazzi besiegen wir Razzifazzi ja komm ich da irgendwie durch ne muss ich durch das Gras ne ne ich hätte da hinten durchgekonnt egal Taubsee kriege ich mit dem ersten Angriff hoffentlich also mein Dödel kriegt den beim ersten Angriff gut hm Level 9 kräfte genau kräfte da mal bald die háh du warst Zwischen und vorher mag mich ungemein die linden dinge war nicht lange danke check ich möchte dich noch bitten mir sein ein noch ein ja lass mal deinen enkel hier den gefallen tun ein pokémon ist stärker geworden schau es dir an ja schon kommt genau zur rechten zeit ich möchte einen großen ah ja jetzt müssen wir beide ran die stadt seht ihr gar nichts eine erfindung von mir den pokédex er fast automatisch daten über pokémon die man gefangen oder gesehen hat das ist also der berühmt berüchtigte pokédex keine ahnung was es damit auf sich hat diese beiden sind für euch und schon auch so ein lexikon über alle pokémon der welt das war absolut aber ich bin zu alt ich schaffe es nicht mehr ja ich bin auch zu alt dafür bin ich also für dieses spiel bin ich glaube ich zu alt ja er sind das jetzt die letzten worte von professor reich oder was alles klar überlass es ruhig und ich brauche deine hilfe nicht ich habe sich gleich mir meiner schwester karte dir soll sie eine keine geben check ja überall in dieser welt erwarten die ich pokémon er freue ich mich jetzt schon drauf willkommen da war doch die schwester oder gibt es mir auch eine karte ich will eine karte schwester hier das wird dir weiterhelfen checker hält eine karte und pokédex pokémon item karte müll gleich wegwerfen aha alabastia wo kann ich hin dort wo weiß ist oder wo die schwarzen punkte sind eigentlich bin ich ja nach oben gegangen da ging es ja nicht weiter weil das privat ist indigo plateau ja wenn dort die ganzen meister sind wurde 21 zinnober insel zurück komme ich da unten rum zur zinnober insel er muss ich da jetzt echt mal hoch oder wie oder was und durchs gras und wird noch mal von 1000 taubsis belästigt so so keine taubsis bisher wo da nicht lass mich durch so da war ich doch mal darf ich jetzt vielleicht hier vorbei dass der quickie markt ne das war allerdings ich bin so schlecht in orientierung aha der opi ist ne da ist ja doch der opi ah ich habe endlich meinen kaffee bekommen natürlich kann es passieren ja dankeschön wird man ja nicht so grob zu dir war ja und ich nochmal extra zurück musste aber kleine wiedergutmachung zeige ich dir wie man pokémon fängt ein wildes ratzfatz kreis oh das ist aber echt jetzt diskriminierender kreis setzten pokum ball ein hätte beinahe geklappt ok also ich habe den pokedex jetzt bekommen ich habe gezeigt bekommen wie man poké bälle einsetzt und das alles noch vor level 9 und knödel gesicht ich glaube deswegen hast du mir gesagt ich soll zumindest mal bis level 10 spielen damit ich den pokedex krieg und damit ich auch weiß wie der super macht sieht das anders aus oder ach das ist ja das pokémon sender ja du hast mir bestimmt gesagt ich sollen bis level 10 spielen damit ich zumindest mal den pokedex habe und oh und mal den pokedex einsetzt aber für viel mehr habe ich jetzt echt nicht bock kann ich dir hilflich sein kauf ruhe um pokedex ja drei stück habe ich zu viel ja ne ok da kann ich hier bitte sehr vielen dank so kauf gleich noch trank die sind aber teuer ja ok ich kaufe gerade ein als würde ich weiterspielen ja aber ich glaube nicht dass ich den kram den ich gerade hier einkaufe wirklich auch noch einsetzt oder brauchen werde nee nee ich will nicht verkaufen nix zurück tschüss 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 vielen dank ja dann gucken wir mal ob wir jetzt vielleicht noch irgendwo ein pokémon finden und das irgendwie einfangen können aber auch viel mehr habe ich jetzt echt oba schild lesen habe ich keinen bock ich will es noch einfach nur irgendwie hier ein pokémon finden und fangen da ist wiese nix was denn da das sind bälle wieso ist hier keins drin da ist eins was ist das was ein neues nidoran los die alten setzen wir mal den pokéball ein fast hätte es geklappt heuler bei mir hat der heuler nix gebracht okay noch mal checks jetzt einen pokémon ein boah ernsthaft item letzter ich will jetzt das ding fangen dann müssen wir wohl das ding bekämpfen und was hilft nicht besser als ein donnerschock ja 1a zwei donner schock und und er ist besiegt würde ich sagen gut kein ok komme ich da hin titel hinten was soll man hier hinterausgang sehr gern tag ja klar unser pokémon wollen kämpfen ja meine freunde und ich haben dich ja und dann lass uns kämpfen ok ok mhm mhm ja ja merk ich gerade mhm 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 ja merk ich gerade mhm mhm das sind pokémon das sind die punkte wie viel pokémon man hat kräfer sammler möchte kämpfen Käfersammler setzt Raupi ein. Okay, es ist eine Raupe. Los, Dödel. Kampf. Donnerschock. Da brauch ich, glaub ich, dreimal, oder? Das Fadenschuss. Ey, die Sau. Donnerschock. Doch nur zwei Angriffe gebraucht. Raupi wurde besiegt. Ist das dann tot? Das heißt, ich kann das ja nicht einsammeln oder so. Hä? Ah, der hat noch einen Raupi. Okay. Donnerschock. Zwei Donnerschock und Raupi ist besiegt. Also das heißt, wenn das besiegt ist, dann ist das tot. Gut, aber ich könnte anstatt das Ding anzugreifen, auch noch ein Poké Ball einsetzen, um es zu fangen. Und dann ist es mir. Schätze ich mal. Mhm. So, dann sind die alle besiegt. Oder auch nicht. Mhm. Und dann hat der andere gar keine Pokémon mehr. Und ich habe immer noch meinen einen Pikapika. Volltreffer. Raupi wurde besiegt. Dödel erhält 79 dp. Check besiegt Käfersammler. Nee, Raupi hat es nicht geschafft. Beide Raupis nicht. So, das war's. Käfersammler. Ähm... Pokédex, Pokémon. Ja. Status. Ja, passt doch soweit alles, oder? Also, die APs vom Donnershock sind jetzt weniger. Der war vorher 30 von 30. Aha. Äh, was sagte Pokédex? Gar nix. Ah, Raupi. Weil ich den besiegt habe, ist er da jetzt registriert. Okay. Aha. Ratzfatz. Da, da. Taubsi, Kleinvogel, Größe. Hm. Gewicht. Hm. Das ist noch ein toller Index, oder? Ruf. Ruf. Geb. Hä? Taubsi, Fundort. Aha. Da gibt's Taubsis. Ah, Gebiet bestimmt. Aha. Druck. Druckfehler 2. Zieh bitte das Prinderhandbuch zu Rade. Ah. Okay. Ich kann den Pokédex da drücken. Okay, 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 okay. Also ich würde sagen, das reicht mir. Knödelgesicht, tut mir leid. Ich habe nicht Level 10 erreicht, aber es reicht mir jetzt einfach hier mal. Als ersten Eindruck für, ja, Pokémon. Ich hatte überhaupt keinen Bock drauf. Hat mich aber auch wirklich drauf eingelassen, weil es ja halt eine Channel-Spende von dir war, weil du es so beigelegt hast und weil du gesagt hast, spiel es doch einfach mal an. Habe ich gemacht und ich glaube, also zumindest hier die alten, das ist mir zu belanglos. Einfach nur einen Angriff auswählen und dann so hoffen, dass ich die Pokémon-Monster besiege und so meinen Pokédex irgendwie hoch, also irgendwie die Liste voll kriege. Das ist mir ein bisschen zu belanglos, muss ich gestehen. Weiß ich, wie das früher gewesen wäre, wenn ich klein gewesen wäre, aber das hier ist mir ein bisschen zu wenig. Ein bisschen was fehlt hier. Und ja, ich glaube, ich belasse es jetzt hierbei. Vielleicht muss ich mal ein modernes Pokémon spielen. Sowas wie Pikachu, Evoli oder keine Ahnung. Oder schreibt mal in die Kommentare, ob das irgendwie groß anders ist als das hier. Aber nee, wenn das also vergleichbar mit dem hier ist, dann brauche ich das wirklich nicht. Tut mir leid für alle Pokémon-Fans, die da draußen sind, aber das hier bietet mir eigentlich einfach zu wenig. Und das sollen doch jetzt mal einfach meine Endworte sein hier für Pokémon Gelb und ich glaube, ich spreche da auch für Blau, Rot und Grün, weil das ist ja irgendwie nur ein Remaster oder eine erweiterte Version von denen, keine Ahnung. Ja, also das war es von mir mit Pokémon. Ich glaube, ihr seht mich hier nicht mehr noch ein anderes Pokémon anspielen. Und ich würde sagen, bleibt munder und zockt schön, euer Telespiel-Tobi. Wir sehen uns beim nächsten Mal.